Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. In diesem Video werden wir dir zeigen, wie und ab wann du deinen Rasenmäheroboter nach der Winterpause wieder in Betrieb nehmen kannst und worauf du dabei achten solltest. Viel Spaß! Eine der wichtigen Fragen, die sich viele Menschen stellen, ist, ab wann sollte man den Rasenmäheroboter im Frühling wieder nach draußen bringen? Die Antwort auf diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Klima in deiner Region, der Bodenbeschaffenheit und der Art des Rasenmäheroboters. Generell solltest du deinen Rasenmäheroboter erst nach draußen bringen, wenn der Boden trocken genug ist. Der Boden ist noch zu nass oder zu weich, dann kann der Rasenmäheroboter Schaden anrichten. Warte also am besten, bis der Boden etwas trockener ist. In einigen Regionen kann es sinnvoll sein, den Rasenmäheroboter später im Frühling nach draußen zu bringen, um Frostschäden zu vermeiden. Sollte es nachts noch frieren, ist es besser, den Roboter noch im Winterschlaf zu belassen. Sobald der Boden trocken genug ist und du sicher bist, dass keine Frostschäden mehr auftreten können, kannst du deinen Rasenmäheroboter nach draußen bringen. Bevor du ihn in Betrieb nimmst, solltest du die Batterie überprüfen. Eine volle Batterie sorgt dafür, dass der Mähroboter effizient arbeitet und nicht vorzeitig aufhört. Stelle den Rasenmäheroboter auf die gewünschte Schnitthöhe ein und programmiere ihn ggf. neu. Überprüfe auch die Messer und tausche sie ggf. aus. In der Regel sollte man sie alle ein- bis zweimal pro Saison die Blätter austauschen. Wir haben dir unter dem Video noch einmal Ersatzmesser für die gängigsten Rasenmäheroboter verlinkt. Also ab wann solltest du nun deinen Rasenmäheroboter nach draußen bringen? Je nach Wetterlage kann es schon im März soweit sein, dass du deinen Rasenmäheroboter nach draußen bringen kannst. In manchen Jahren wird es doch vielleicht erst Anfang April sein. Beobachte die Temperaturen bis zu den Eisheiligen im Mai genau. Falls es dennoch einmal frieren sollte, hole deinen Rasenmäheroboter am besten noch einmal über Nacht ins Haus. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.